Am Sonntagnachmittag, den 5. September 2021, wurde die Feuerwehr Kleines Wiesenthal zu einem schweren Verkehrsunfall nach Neuenweg alarmiert. Auf der Einsatzfahrt kam ein HLF der Feuerwehr Kleines Wiesenthal aufgrund durch Starkregens von der Fahrbahn ab und kippte um. Aktuell sind die Bergungsmaßnahmen noch im Gange. Ein größeres Video auch mit Drohnenaufnahmen folgt auf dem Hauptkanal. In der Videobeschreibung finden Sie die Links dazu.